Das sieht ja auch gerade mal schön aus, wie wir hier im Scheinwerfer stehen. Und der kommt wieder. Aber erst einmal, hallo da seid's und willkommen zurück bei der Beta von The Division 2. Granaten drücken sie. Nur eine Art der Granate, zumindest wird ja keine andere Art erwähnt. Nachschub zu einem verbündeten Kontrollpunkt in Downtown East bringen, Aktivitäten in Downtown East abschließen und SHD-Technologiebehälter in Downtown East bergen. Wir sind gerade erst angekommen. Kann man die Munitionskiste eigentlich auch auf der Karte sehen? Das sieht gut aus, wie die Gebäude hochkommen. Also, das erwähne ich ja gerade nicht zum ersten Mal, aber es muss erwähnt werden. Hier scheint es keine Munitionskiste zu geben. Das ist ja seltsam. Ist ja gut, wir gehen raus. Ist die vielleicht hier irgendwo? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Westlicher Ausgang, westlicher Ausgang. Mit Kamera. Hier wird schon wieder rumgeschossen. Gut, dann gehen wir mal zum SHD-Technologiebehälter. Können wir nicht hoch. Nee, da ist Stachel da, aber hier daneben. Ah, Abkürzung gefunden. Er war wieder voller Munition, sehe ich gerade. Was macht er denn? Spaßvogel. Er patrouilliert und geht dabei rückwärts. Aber gar nicht mal so blöd. Er geht mit Blick auf den Gegner rückwärts in Deckung. Hä, wir hatten hier was geworfen. Was tut das? Machen Spaßvogel. Ein Midgater darf eingelassen. Wer soll das sein? Ach, die... Grüne stinkende Farbe. 50 Meter. Wo geht's denn hier runter? Ah, Kram. Eine Kinderjacke. Was haben wir damit? Das ist bestimmt so ein... Kram, den man einfach so verkaufen kann. Der MP5, das ist ja cool. Das sind so die Spielkarten aus Far Cry 3. Diese Kinderjacken. War es einfach einsacken, oder wie? Aha. Wobei, hier ist noch ein Stück Lust davor. Gewesen. Kann man die Fahrräder mitnehmen? Weil die sind ja auch so leuchtend. Leer. Ah. Ah, ich hab wieder zu lange gedrückt gehalten. Dann nimmt man es automatisch gleich mit ein. Und auf. Und überhaupt. Dann würde ich mir zumindest mal kurz die Waffen angucken. Bei Charakter ist der Spaß. Man muss doppelt aufklicken. MP5. Weniger Schaden. Schießt etwas schneller. Ah, die AUG A3. Die war ja nicht so toll. Denke ich. Wir haben ja keinen SPS-Wert. Oder ist der mittlerweile auch hinzugekommen? So wie die Sprachausgabe. Ne, sieht nicht so aus. Oder ich sehe es einfach noch gar nicht. Namestufe. Was für ein Gewehren. Was das Ding kann. Aber kein SPS-Wert. Schadenrückgang. Ja. Das Ding schießt langsamer und macht weniger Schaden. Also nehmen wir es nicht. Wir haben doch so ein Ding schon. Warum ist es hier nicht gerade? Achso, weil... Hier ist es weiß, ne? 2, 3, 8er Schaden. Dann gucken wir mal hier nach. Ja, das ist das Ding. Das macht mehr. Mehr aber Fertigkeit weniger. Na gut, die Fertigkeit kann ich gerade eh nicht einsetzen. Gut. Machen wir gleich noch die nächste rote Fahne. Gestürzte Kräne. Gestürzte Kräne heißt, es liegt viel Metall herum oder quer. Das erinnert mich an... die Dark Zone. Aus dem ersten Teil. Da gab es auch so einen Abschnitt, wo ein Hausgerüst umgefallen ist. Oder gerade einstürzen wollte. Achso, dich muss ich anquatschen oder wie? Nö. Aber hier ist ein besonderes Symbol. Oder? Wir gehen weiter. Boah, es blendet aber gerade richtig. Und die Sonne wird sogar in den Scheiben gespiegelt. Cool. Oh, da sind die Kräne. Ich will die Tür zumachen. Öffentliche Hinrichtung. Jetzt müssten wir ihn umbringen. Mist, zu viel geschossen. Magazin leer geschossen. Was macht er denn? Wie läuft er denn? Er wirft die auf den eigenen Leute. Oder sie. Keine Ahnung, was es genau war. Scheint noch Kollegen zu sein. Dein Lebensmüder. Angeblich soll hier was sein. Laut Karte. Was tun gleich im Eimer? Der Typ hat jetzt schon kaum Energie gehabt, bevor er zu uns kam. Geißel in Sicherheit. Schön. Und Polycarbonat haben wir auch noch bekommen. Dann glaub's doch nicht. Da ist noch ein Rucksack. Hallo. Kontrollpunkt. Undi Li. Kackst du auch auf die Straße? Ich will hier, glaube ich, bleiben. Praktisch. Hier einfach ein paar Ziegelsteine in der Palette. Mitten auf der Straße. Schöne, die Granate ist bei ihm geblieben. Er guckt noch halb aus der Deckung raus. Feindliche Anführung entdeckt. Au. Oh, Granatwerfer ist wieder zu hören gewesen? Hä? Ne, die schießen wohl einfach nur gegen Metall. So klingt das. Oh, oh. Wir müssen uns mal kurz zurückziehen, Rüstung. Jetzt kann ich weg, gleich. Ist wieder bunt. Hallo. Was, Drama? Au. Agent, Krankheit. Das ist aber nicht gut. Backup-Request, send. Müssen wir jetzt wieder... ...und ganz in der Nähe. Wollte schon sagen, müssen wir wieder zum Theater. Entering Safe-Area. Zum Glück habe ich das Safe-House hier mitgenommen. Ich gehe den gleichen Ausgang raus. Jetzt geht die Sonne wieder unter. Das sieht so schön aus. Ich würde mal sagen, wir gehen mal lieber auf den Fußweg. Ehe noch so ein... ...irer Fahrer vorbeikommt und uns... ...niedermäht. Sicher ist sicher. Auf zu den Kränen. Dop-di-do. Selbst wenn da jetzt jemand wäre, ich lasse ihn einfach mal liegen... ...und hoffe, dass er uns nicht noch irgendwie in den Rücken fällt. Und wir kümmern uns noch mal um die. Was? Ich habe gerade gelesen, Agent könnte was zu getrinken... Äh... Agent könnte was zu trinken gebrauchen. Okay. Jetzt nehmen wir uns jetzt erstmal etwas weiter hinten. Ja, kommt zum Glück nicht so an, wie es vielleicht ankommen sollte. Es kommt noch kein Anführer. Aber ein Niederlier. Oh, schön. Das sind einfach Crackling-Effekte aus... ...oder von Silvester. So, jetzt kommt der Anführer an. Bald. Noch geht es uns gut. Der Anführer schmeißt einen Scheiß. Viel zu kurz. Hm, Rüstung im Eimer. Ja, geht gerade null in Deckung. Das ist unsere Chance, niederzumachen. Und die nutzen wir auch. Na, wieder leergeschossen. Mann. Das dauert das Nachladen umso länger. Hätte dabei sichtbar halten können. Was ist mit dir kaputt? Du wurdest doch gestört bei deinem Wurf. Oh Mann. Gibt's doch nicht. Bleib Arsch. So, und nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Was? Ubisoft, warum durfte ich hier gerade nicht raus? Unsichtbare Wand. Und jetzt haben wir es mittlerweile Nacht. Gehen wir doch gleich mal hier oben lang. Ha, hier ist sogar noch was. Die Kinderjacke. Nee, Polycarbonat. Kaum Beleuchtung an. Straßenbeleuchtung schon gar nicht. So im klassischen Sinne. Wenn wir Gegner nicht sehen, können sie uns auch nicht sehen. Taps, 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 taps. Hey, wer ist noch nicht da? Blöden Ärsche. Hab das Gefühl, dieses ungenaue Schießen aus der Deckung heraus, was macht er denn wieder? Geht, ist genauer als im Vorgänger. Oh, er hat gerade einen Scheiß geworfen. Wo gucken wir denn nach? Achso, wir sind ja gestört von der Granate. Wir müssen ja stehen bleiben, stimmt, das wird wieder nix. Wir müssen uns ja zum Hallen hinstellen. Das hat sich hier im Vergleich zum Vorgänger... Halt die Klappe, Isaac. Hat sich das ja geändert. Könnte man sich einfach mit. Geht auch während des Laufens. Psst, reinpfeifen. Jetzt dürfen wir nochmal da hin. Was war das, eine Krähe? Haben die wenigstens die Kiste hier oben aufgeführt? Nein. Eine herbe Enttäuschung. Hm, hm, hm. Hm, hm, kann man das eigentlich kaputt schießen? Panzerglas. Panzerdisplay. Hallo? Hm, kleiner Diamant. Gut. Volle Munition. Wahrscheinlich passiert das... Kontrollpunkt, identifiziert. Mittlerweile automatisch, wenn man in den Safehouse kommt, dass die Munition automatisch aufgefüllt wird. Wollen wir uns noch weiter zurückziehen? Die Ecke hier ist gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Hm, nicht ganz, naja. Tod ist Tod. Der eine brennt. Ich würde so gerne zerschießen können. Ja, super. Ich muss bloß treffen. Alles klar. Das ist ja cool. Nein, Kämpfer will gerade nicht ankommen, oder? Ja. Mist. Chat ist das Risiko. Wenn das Ding nicht zerschießt, und es ankommt, dann hast du ein dickes Problem. Wirklich nicht, dass er nochmal wirft, deswegen schnell kaputt machen. Lelalie, komm her. Bei zwei Schuss auf Kürze schießen, und die Rüstung ist gleich. Immer, immer. Nein. Gut, dann bleiben wir jetzt hier hinten. Er merkt, dass er uns nicht mehr erreichen kann. Und was macht er? Er ändert seine Position und geht nach oben. Das ist gar nicht mal so blöd. Man kann sich sogar noch mehr um die Deckung drehen. Das muss man eher dann, wenn man so weiter da rumguckt. Schaut mal. Das ist ja cool. Das ist cool. So, jetzt bist du auch weg. So, da geh ich mal ein Stück nach hinten. Bin ja schon oft genug gestorben. Ich, dass wieder ein Nahkämpfer von links kommt, deswegen auch mal kurz gucken. Ich brauch unbedingt mal ein dickes Visier. 3,4er oder so. Jetzt will ich mich gerade von ihm abwenden, da. Mach der Anzeichen, seine Deckung zu verlassen. Die merken aber, dass wir wohl weit weg sind, deswegen machen die aber auch gerade nicht viel. Lebensmüde Anführer. Oh, gleich hinrennt. Oder sie. Das sind wohl die letzten beiden, die wir hier klein kriegen müssen. Dieser Soundtrack wieder im Hintergrund. Aber der war ja schon im ersten Teil gut. Wir haben noch so einen vollen Lebensbalken, aber wir haben einen roten Bildschirmrand. Kletterhandschuhe mitgenommen. Das finde ich auch wie auf dem Präsentierteller. Da ist die Kai wieder ziemlich strunzblöd. Gestürzte Kräne gesichert. Eine Super 90, also eine Schrottflinte. Munition und... ...ne Vector. Eine Kiste, eine Kiste. Auffüllen, machen wir doch. Und da beim Geschütz ist noch was. Da war ein Geschütz. Okay. Inkommen ein Backup-Request. Dann machen wir aber erstmal, bevor wir gleich weitermachen, eine Pause. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Und tschüss.